Kennst du vielleicht fünf Orte in der Schweiz? Hey, Mois! Was? Mois? Oh shit, Mois! Shit, Alter! Wie geht's dir? Pass auf! Ihr werdet Geld gefickt von der Menschenmenge! Passt auf! Meine Clicks sind nicht gekauft, Bruder! Malabilla, ich denke an Massenschlägerei. Ich lüge einfach nach rechts. Ich sehe einfach als erstes Mois an meiner Kamera. Wir sind einmal in Frankfurt, es passiert so etwas! Soll ich eine schöne Fass geben oder jemand anderen doppelt? Das geht an meine Schweizer Cousin. Ich grüße euch alle, Ivan, dein Fleisch als bester Bruder. Fleisch ist wichtig. Die Szene ist Basel, Junge. Ey, Ua! Was macht ihr da? Keine Ahnung, Bro. Immerhin denkt, ein bisschen abchecken und so. Sind Sie von Basel? Ja, aus Basel. Ja. Was machst du? Onlyfans. Also, umgekehrt. Wie findest du Mois? Super! Super YouTuber! Wie findest du die Schweiz? Auch super! Gibt es drei Autos hier in der Schweiz? Ähm, Zürich, Stenich, Boasel. Ey, Boas! Ey! Ähm... Wie ist das? Ey, ey! Wie ist das? Wie ist das? Ähm... Ich hab keinen. Ich hab keinen. Ich hab keinen. Viel Spaß! Weißt du, wer hier ist? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Da ist Messi. Ernsthaft? Ja! Na aber, oder? Sind Sie für Messi oder Ronaldo? Messi, Alter. Ja, das ist Messi! Fick und Hölf! Ey, Uah!